ja also hier ja das sind noch zwei meter da könnte ich noch für eine person ja eine nacht könnte jeder aushalten aber ist auch alles das müsste erstmal alles das müsste alles erst mal sauber gemacht werden das riecht hier auch vermordert du das ist schlimm das schalding das ist alles das ist alles kaputt ja dann zeige ich dir da auch ausgebaut irgendwie alles ausgebaut hier ist nichts mehr funktionstüchtig da das ist alles das ist nix mehr hier geht kein licht an kein gar nichts mehr das ist alles am ende das ist alles durch